Keine Gefahr, im Gegenteil, Ronaldo macht ein Selfie mit ihm und komm lass ihn, das finde ich absolut in Ordnung. Aber wenn er jetzt sein Handy endlich mal in Gang kriegt, er braucht noch ein bisschen. Jetzt ist es soweit. Das ist auch Cristiano Ronaldo, obwohl er wirklich keinen guten Abend hatte. Kein. Kein.